Herzlich Willkommen zu Doom Map 10 Nein, Map 11 Egal, muss ich das ja auch mal nennen oder so Ist ja bloß noch Teilnahme Eugen, genau, wir legen den mal direkt los Laden In einer der etwas komplexeren Maps Ich weiß gar nicht mehr, wo ich normalerweise mal anfange Ich habe gerade alles gut Ich habe letztens von der hier in der erweiterten Version gespielt Und da schattet man nicht hier direkt auf dem Ding drauf Sondern da gibt es hier eine Treppe, die runter geht Und man schattet in der Treppe Deswegen, weil ich gerade ein bisschen verwirrt, wie wir überhaupt sind Gut, das heißt, die Tricks klappen da schon mal nicht Was mache ich denn dann am dümmsten? Das Problem ist, soweit ich die da angreife, kommen alle auf mich drauf zu Gut, wir helfen mal hier rein Gut, wir helfen mal hier rein Gut, wir helfen mal hier auf mich drauf 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 so gibt es noch mehr hitrunner? weil das schlimmste sind hier echt so die hitrunner das ist hier das schlimmste was man haben kann und hier hat er es wieder benennt du nimmst auch noch? schimpfst du dich gar nicht? na komm was man leben muss, man muss diese Lost Souls da erledigen weil die kommen nämlich da oben immer raus und dann, ja, nerven die halt was sie halt immer machen ja, noch einmal ach schon wo ist denn das? eine Lost Souls war doch noch da, oder nicht? warte mal i don't trust you wir können uns jetzt auch schon um den revenant kümmern äh, kümmern was? ach nö, nicht noch ein Pinky hä? oder war es hier irgendwo ein Imp? was? was? zu viele die unser Skull wollen wer schießt denn alles auf uns? na gut erledigen wir uns erstmal mal den revenant was? da hinten leck mich doch wo kommst du netz ja? Arschlo ich hasse dich easy gefällt mir so jetzt gehen wir zuallererst mal hier brauchen wir eine blaue Karte zuallererst mal darin wo wir auch zuallererst waren und zwar hier weil hier kriegen wir nämlich glaube ich die blaue Karte nein das da ähm genau Munition gibt es hier auch noch Alter, unsere Munition ist halt schon wieder leer einfach so because the map ach scheiße so, wo kommst du noch mal hin? wo gingst du die 5-1-Secretten, ne? ach so, Unsichtbarkeit wow da brünt ich ja auch voll viel komplekt mich aber klar, man kommt auch nicht mehr zurück ich möchte sterben das heißt, dass hier brünt es außer Schmerz gar nichts oh da hängt der die wollen ja einfach das waren ja jetzt nicht gerade so die Elite Soldaten hier, ne? ach du scheiße, hier kommt ein Archwile nein, warum gibt's denn Archwile? ich hasse Archwiles ich hasse mein Leben so okay dann wollen wir mal ähm fuck my life tschüss was? danke wow Junge Junge geh doch lol das ging ja, das war ja gerade super easy, ey 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 okay so, ähm ja, hier ist das bei der Map, die ich die Version, diese Enhanced Version oder Enhanced Version oder Enhanced Version äh da gab's hier noch nicht viel mit gut ja Vanilla Doom oder auch die, selbst die Vanilla Map habe ich schon lange nicht mehr gespielt wie man wahrscheinlich gerade merkt so, jetzt haben wir die blaue Karte mit der blauen Karte da kommen wir da hinten hin äh, ja, mal her damit oh, äh, da ja na komm na hallo ach so, oh, ich bin voll warte hat noch einer überlebt er leckt mich doch am Arsch okay doch nicht vorher ähm ja komm äh nehme ich die, nehme ich die nicht brauchen wir die jetzt schon oder nicht ich weiß nicht, ob wir später noch mal noch mal Ammo bekommen weil das fehlt gerade mal ein bisschen ne ich lass erstmal da weil wie gesagt, wir haben 160 Ammo da brauchen wir keine blaue Rüstung anziehen das bringt nichts das ist nicht verhältnismäßig das ist nicht verhältnismäßig ach ne ach ne schon mal da guck ja und hier rein kommt man übrigens wenn man hier land geht da sieg wird aber das werden wir noch nicht benutzen weil ich weiß nicht ob wir es brauchen äh, von daher lassen wir das erste wow lassen wir das erstmal ähm andererseits können wir damit glaube ich sogar direkt einfach ins Ziel rennen ne, kennen wir nicht aber wir könnten schon mal hier alles umrunden vielleicht gar keine so schlechte Idee wie wisst ihr was, ich glaube ich mach's doch wir probieren's einfach mal mit dem Ding äh ich weiß nicht ob das von Erfolg gekrönt ist und wir kommen noch nicht mehr lang oh really? are you sure about that you fucking sägert idiot WOAH . und Ja, das war perfekt, das war absolut Meisterleistung. Kann man hier rein? Ich weiß nicht. Woher kann man runter? Achso, runterlaufen. Was? Oh. Was? Oh. Easy. Oh nein, nichts für die. Ah, okay. Ist doch noch nicht die Map, wo ich dachte, dass die jetzt gerade ist. Oder Downton, oder wie die heißt. Wer ist denn jetzt eigentlich hier? Suffectory. Ah, ja. Von der Map gibt es ja auch eine sehr geile Enhanced Version. Die ist cool, aber die Vanilla ist halt ultra langweilig, weil die halt für das, was sie bietet, zu groß ist. Aber werdet ihr in der nächsten Folge dann sehen. Also, na, jetzt muss man sagen, die Map an sich ist schon cool. Also, ist jetzt nicht, dass ich die nicht mag. Aber die verbesserte Version ist logisch. Wesentlich besser. Und wenn man die verbesserte Version gespielt hat und dann wieder diese Version spielt, dann merkt man eigentlich, wie, ja, wie leer die Map eigentlich ist. Aber das ist halt wegen Limitations, from the Vanilla Doom. Ja. Egal. Schauen wir uns vor.